ja leute ich bin wieder da hier ist das drachen ja das ist eine comedy dorf ja comedy dorf leute es ja wie ihr so seht es vielleicht ja was machen wir denn ja comedy dorf momedy dorf ok wie greifen wir jetzt an das ist halt Systematische Dorf, große Drache, Big Drache ist da, Big Drache ist da am Start Leute, diese Big Drache müssen wir auch mal Bumsi Bumsi machen, was können wir gegen diese Big Drache machen? Big Drache, stimmt, Big Drache wird mal Bumsi, ja, so ist das gut, so wie ihr seht, dieses Dorf war auch locker, das war Comedy Dorf, Comedy Show Dorf Leute, so habe ich dieses Dorf schnell platt gemacht, Tag, 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 das war's, so schnell ging das, Aber diese Drache war sehr geil, muss sagen, dann mal los Leute, ciao Leute, ade Leute, abonnieren nicht vergessen, Daumen hoch nicht vergessen, ciao